Da bin ich mal gespannt, was das für ein Spiel ist. Ich glaube, das wird der größte Mist. Ja, das kann auch Spaß machen. Was nehme ich? Deutsch. Yay, Unreal. Ja, ich habe keine Maus, das ist verwirrend. Also Spieloptionen erstmal ein bisschen leiser. Muss man schauen. Soundeffekte hoch, Musik leiser, passt. Akzeptor. Grafikoptionen. Soll man das eigentlich mit Controller spielen? Lass mal kurz schauen. Bisschen ungewöhnlich. Teilweise nur unterstützt, oje. Strähnen-Shading, geil. Auflösung, episch. Lumen, an. Wie singt das mal aus? Anti-Aliasing, episch. Gut. Wenn das Spiel mein PC bricht, brauche ich einen neuen PC. Ja, ja. Speicherplatz A. So, ich hoffe, ingame habe ich wenigstens eine Maus. Finden wir es raus. Streng Geheimschitter. Und da sind wir. Oh, ne goldene Eichel. Oh, ne goldene Eichel. Die habe ich auch in der Hose. Boah. Wie viel FPS kriegt man? 41. Ich brauche einen neuen PC. Alter, ich habe eine 4090 drin. Äh. Grafikoptionen. Vielleicht machen wir Loom doch aus. Vielleicht hatten wir den Punkt. So, müssen wir noch akzeptieren. So. 71 FPS besser. Okay, und wie komme ich da hoch? Ah. Ich habe eine Maus ingame. Okay. So, ist das ein Jump Pad? Das kann nicht werfen. Aber nicht sehr weit. Was für ein Scheißspiel. Mir gefällt es. Muss man das auf was anderes legen? Irgendwenn damit umbringen. Mir wurde eine Waffe versprochen. Okay. Müssen die schon ablaufen. Oder? Was soll ich denn werfen da oben? Ja. Der Arsch ist nicht gut im Werfen. Oh, die Steuerung. Mann. Ich glaube halt da oben müssen wir auch rauf. Boah. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht angenehm. Wie soll man das denn schaffen? Wo ist meine Waffe? Soviel dazu. Soviel dazu. Hier kann man nicht einfach hoch. Irgendwie Fliegen freischalten. Und tot. Halbwegs. Halbwegs tot. Alter. Das für ein komisches Spiel. Weiß immer noch nicht, was ich mit dem anderen mache. Geschweige denn, wie ich hier rankommen soll. Kannst du was? Haben wir was in den Steuerung? Äh. Spieloption. Äh. Ne. 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 Oh, dann weiter. Schön, dass wir schon einen Menüpunkt für Outfits haben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ah. Da kommt so ein Ding her. Muss ich eigentlich nur lang genug halten? Nichts leichter ist das. Nein. Ist aber auch schwer zu sehen. Ist aber auch schwer zu sehen. Oh. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja. Her mit der Eichel. Oh. Schöne Eichel. Meins. Meins. Oh ja. Steck's dir rein. Oh. Ich glaub das sind die Bösen. Oh. Na komm. Nimm sie kleiner. Nimm sie. Nimm sie. Ne. 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 nicht die beste schussmechanik ein gegner ist betäubt takedown ok mache ich einen takedown irgendwie so war bestimmt das richtige ja mehr munition jetzt muss ich dem finger abschneiden kann die waffe werfen wenn ich den typ irgendwie aufnehmen ich brauche mal deine auge na gut dann nicht dann nicht raufschießen hilft wenn der bessere waffe die sind beide betäubt tja hat das spiel nicht gedacht dass ich auf die entfernung treffe was für ein mist nein ich habe meine waffe verloren meine waffe nimm sie halt in die waffe nein meine eicheln ich habe in die nuss gebissen dann lassen wir die erst mal auf uns zukommen und dafür habe ich 17 euro gezahlt 18 fast komm schon ach keine munition mehr komm klick nach zeit ist langsam nimm die waffe perfekt der AI wie mache ich noch mal ein takedown keine ahnung wir werden es irgendwann rausfinden her mit euren eicheln so f habe ich schon gelernt dass irgendwie zeit anhalten so nein wer legt den waffe werfen auf schiff welcher grausamer entwickler wenn man die eigentlich zerstören die antwort ist ja aber wir leben noch du willst sie doch auch aufnehmen und nachladen dass ins no 27 28 28 29 30 K Driver Nein! Ich wechsle mal kurz meine Stream-Kategorie. Ja ja, in die Nussgebissen. Sollte alles wieder passen. Wirf doch die Waffe nicht weg, Mann! Weiß ich nicht, ob man mit der so wirklich springen können. Alter, leg mich am Arsch! So, schön. Ah! Nein! Dann muss man nochmal machen. So, irgendwie gegen die Teile. Oh, das ist getimed, glaube ich. Ne, anscheinend nicht. Natürlich will ich eine Waffe. Ah, der hat zwei. Fuck ey! So viel dazu. Nein, nicht von ganz vorne. Ist ja ein Souls-like-Spiel. Oh ne, bisschen was haben wir freigeschalten. Ah, mehr Echeln für mich. Ich muss eh auf der anderen Seite nochmal runter. So, jetzt läuft es. Nur nicht nochmal runterfallen. Was ist denn das? Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Maxi... ähm, maximale Nachladeenergie. Hey, everything alright with me? The game is a bit weird. Äh, nice to meet you. How are you? How do... Oh, fuck. That's great. I need to get that. Yes! Oh, this game is weird. So, I need to get to the elevator thingy. No, no. This game just released now and I thought I'd try it. It's usually not the kind of game I'm playing. It's an unusual, unusually game at all. Oh, I didn't pick up the gun. I don't stream that much. I mainly make Let's Play currently. I'm playing Red Dead Redemption 2 story-wise and Escape from Tarkov. But I also like a lot of indie games. Need to throw the gun away. Maybe... Space and... No, I want any. And what do you? Do you like video games or things to play? I'm in the just chatting category. That's why I'm curious. Space, space, space. 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 Yeah, yeah. It just released two hours ago and I thought maybe it's interesting. I don't recommend to buy it. It just... It's a weird game. Oh, nice, Uzi. No, my nuts. Nice. Oh, Elden Ring and Phasmophobia, Elden Ring is on my list and Phasmophobia, I don't think it's for me. I get scared easily. So maybe, maybe some horror elements in a less scary way. Fuck. Take down. You really don't. It's good for all love, but the controls are back here and I don't know, man. I don't know. It's, it's, it's something. It just released on Steam, so I'm playing over Steam. Need that gun. Fuck. No. No. No, I died. Yeah, it's not worth the money currently. Maybe in a sale. So let's try to... Well, I just bought it over Steam and, yeah, downloaded it there. So I... I have no torrents for this. I actually paid real money. So that's on my part. No. What's wrong with my space? Fuck this shit. Well, it's something else. That's, that's for sure. But I don't know how, how long it will be fun. Oh, I'm going in the wrong direction. All dead. All dead. All dead. Only to discover. I go completely wrong. Last need to reload. Nice. Oh boy. Yeah, yeah. You may introduce yourself. I don't know. Very nice. Did you please use it? That's what? I need to be Nurses. No. It's... Nice. What an eyepitch. Nice to meet you too. My gaming skills aren't exactly great either. I'm currently not... Ah! No! My poor squirrel. I think you can post him in the chat. I will look later at it, but I'm too small of a creator to think about something like that. Same shit, different day. As I said, I'm way too small. I can't do anything right now because I get no money doing so. Especially not playing any of these games. So let's... I thought I had it this time. Yeah. Ja! Ja! As of now I can't help you, I don't have the money, I'm sorry, but good luck! Ok, bye bye! Maybe another time, sorry, I just don't have any money for that. This is more hobby and it's not a good one, apparently. This game is hard. Thanks for the offer, man, but just not now. So, as I said, I don't have the money for that and I'm just a small hobby player, so maybe not the right focus group. At least not at the moment. Just struggling with this piece of shit game here. You can post me your hand over and I look through it, but as I said, not now. Oh boy, oh boy. So, I missed. I missed you. Ah, endliche Freiheit. Ich glaube, das wird meine neue Karre. Ich will das Auto. Wieso ist da Lava in dem Haus? Ich glaube, das ist da Lava in dem Haus. Ich glaube, das ist da Lava in dem Haus. Ich glaube, das ist da Lava in dem Haus. Ich glaube, das ist da Lava in dem Haus. Ja, ja. Ja, ja. In die Nussgebissen. Oh, der ist bold. Spannungsgeladene Schade, schade Marmelade. So knapp. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Wie? So nicht. So nicht. Ein Pulli. Ach so, ein Pulli für 4 Ereicheln. Wenigstens eine Waffe. Wenigstens eine Waffe. Wenigstens eine Waffe. Wie soll ich denn da hochkommen, ohne dass der hier in der Lava ist? Also der Pistole, klar. Yes. Ah ja, der Boden ist Lava. So, was kriege ich aber mit? Scheiße, jetzt habe ich nicht so viel Schuss. Das ist schon irgendwie witzig. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Nein! Ich muss mein Stream nochmal umkategorisieren. so. Wenigstens, das hat es jetzt gespeichert. Ich bin einfach zu fett. Einfach zu fett. Ich habe es gewusst. Waffe weglegen, dass ich leichter bin. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Ah, die Tapete ist herrlich. Das hätte ich auch gerne in meinem Zimmer. Einfach blau und rote Chilis drüber. Da hat der Innenarchitekt sich was dabei gedacht. Ja! Regal regelt, das glaube ich auch. Ich habe mir doch keinen Pullover für 6 Eicheln. Sind die wahnsinnig. Ich hasse das Spiel. Ja! Da war ich selber dämlich. Falsche Taste gedrückt. Abgeschossen anstatt Space zu drücken. Weil er ja normalerweise schießt, wenn er das macht. Naja. Raus geschafft. Da hinten sind Agents. Ich habe eine Uzi, passt besser auf. Ja! 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 Geht. Ja. Okay. Wollen wir mal nicht mit Gewehren aus Spatzen schießen. Nein. Die wurden getroffen. Uh, von Daddy. Noch leben wir. Noch leben wir. Weiß nicht, was die Szene sollte. Dann können wir auf jeden Fall noch hochgehen. So, was haben wir hier? Hey, die hat auch eine Eichel fallen lassen. So, so. Da ist auch einer. Spring. Also da oben sind irgendwie zwei goldene Eiche. Ruminöser, weißer, äh, weißer. Blaues irgendwas. So schön eingezweint. Komm, du kannst dich doch mit deinen kleinen Pfoten da festhalten. Oh, da sind noch mal Agents. Meine Waffe vergessen. Einfach meine Waffe vergessen. Hier bei oben gibt's auch was. Ich habe mir eine Überraschung unterm Klo für mich. Parat. Oh, das ist ein Min. Nice. Yeah. Bombenschutz, ähm, und? Bombenschutzanzug. Ach, das kostet nichts. Das kostet nichts. Den Himmel, den aber auch. Ich fühle mich so sicher. Ich fühle mich jetzt so sicher. Na komm, einmal runter hier. Ach, das ist so geklappt. Da bin ich. Ja, so ein Eichhörnchen mit Pistole. Wups. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. 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 Das Spiel ist was anderes. Das nur ohne Waffe anscheinend ja anscheinend dass das ein Minenfeld ich glaube ich sehe sie sogar hier überall wo so ein sieht man bestimmt nicht da überall wo so ein heim da ist Einfach schnell durch. Ich habe ja einen Bombenschutzhelm. Geh mir und deine Schrotflinte. Nein! Okay durchschießen kann er nicht. Nur ein unschuldiger Mitbürger. Obwohl so unschuldig war bestimmt nicht. So weg mit der Waffe. Ah der Bombenschutzanzug hilft doch. Dem was ich gerade mache. Kommt der auch hier her dann können wir ihn nämlich in die Luft jagen. Komm her. Es funktioniert annähernd nach Plan. Glaub nicht er sonst folgt. Aber schießt weiter. Das nenne ich Determination. So hin. Sonst doch gefolgt. Naja Achtung. Die haben wir schon kennengelernt. Oh ich kriege eine Schrotflinte. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir ihn erwischt. Der sieht tot aus. Ja. Eichhörnchen auf dem heißen Blechdach. So muss das. So. Äh. Outfits. Oh wir haben nur eigene Fellfarbe. Fast. Ich brauche Munition. Ich brauche Eicheln. Ich glaube das sind die Munitionspflanzen. Ja ja. Da darf man nicht rüber. Und was ist das weiße für eine. Eichelpflanze. Hätten wir wissen können. Sammel die doch gleich auf. immerhin eine schrotflinte mit mehr als zwei schüsse dazu brauchen wir das auto oder zumindest irgendwas was schnell fahren kann hey da sind noch agents kann ich die werfen ja so macht man das ja alle erwischt jetzt lebt er nicht mehr also im gebüsch ist mal unsichtbar das ist schon mal schön und und Nice! Der lebt aber noch. Scheiße. Munition ein Hörnchen. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Besser als Black Ops 6. Ich glaube das spiele ich mal morgen an. Beginnt irgendwie die Beta. Ich starte mal kurz. Ich muss mal kurz meine Aufnahme starten. Schauen wir mal. Speedy Boy meine Aufnahmefestplatte. 603. Gut. Kann ich separat noch aufnehmen und nicht nur auf Twitch. Gibt wahrscheinlich hier paar ganz tolle Clips. Kann man die gleich in 4K aufnehmen. Nein, ich habe wieder auf Werfen gedrückt. Ich habe noch mal weiter. Tja. Lass sie mich in Ruhe. Boah, die rennt aber schnell. Wieso hinkt die Laterne so niedrig? Ah, Speicherpunkt. Nice. Naja. Ne, das sind auch Agents. Oh, ganz viele sogar. Munition. Mist, keine Munition mehr. Brauchen wir rote Pflanzen. Boah, das muss jetzt nicht sein, dass die mich verfolgen. Tun sie auch nur so halbherzig. Ich wünschte, die können so joggen wie die Frau da. Auch im Real Life. Wäre das hilfreich, wäre ich nicht so fett. Beziehungsweise, wenn ich nicht so fett wäre, können die wahrscheinlich besser joggen. Na also. Dann mach ich hier mal hochklettern. Okay. Mit dem Haus waren wir auch noch nicht. Dann wollen wir mal. Au. Eigentlich habe ich es noch nicht ganz groß. Will immer Schiff halten für Sprinten. Das macht in dem Spiel was ganz anderes. Was ganz anderes. Hände hoch. Geld her. Das macht in dem Spiel. Das macht in dem Spiel. Geld. 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 Na ich hatte keins mehr. Ah. Von wegen. Von wegen. So wie kommen wir jetzt da unten gescheit rein. Was sieht. Das ist noch so ein Flaggending. Weil ich muss mal unter das Haus erstmal auf den Fahnenmasten. Weiß ja wo ich meine Schrochfhinter abgelegt habe. Auf den Grill. Was stimmt da mit deiner Gasflasche nicht. So kriegt man nicht. Du bist ein Eichhörnchen. Du schaffst es da durch. Gut. Gut. Dann weiß ich wofür wir die Schrotflinte brauchen. Türen aufschießen. Da ist ne Torte. Hab sie doch hier irgendwo hingeworfen. Normalerweise leuchtet die so schön. Okay. Da hinten anscheinend. Ich kann leider nicht anders. Schade. Ach und das ist jetzt keine große Feuerkraft. Ein Zylinder. Nice. Ach richtig patriotisch. Mach weiter als wäre nichts passiert. So. Jetzt geht es den aber nie eicheln. Weiß nicht warum ich das mache. Wir haben ja hier ein E-Munition Ding. Und unten sind wir. Ja. Immer weiter eicheln. Bis ich sage stopp. Stopp. Der wusste ja nicht, dass wir keine Munition mehr drin haben. Hey Agent. Was machst du hier? Ja. Kein Helfbalken mehr. Was? Wer hat noch einen? Ich brauche Munition. So. Geht wieder. Ich glaube jetzt haben wir ihn. Ne. Jetzt haben wir ihn. Immer noch nicht. Der sind seine Waffe hier. Na also. Dafür ist eine Strohflinte ja auch gut. Boah. Leg die mal weg. Leg die mal weg. Das explodiert doch wieder oder? Ja. Zieh mal an. Richtig nice. Wie sagt das ein rotes Auge? Wie sagt das ein rotes Auge? Deswegen. Oh hier ist so ein Gewicht. Alles gut Mister. Uiuiuiui. Das tat wie. So ein Campbell in die. Oder Kettel? Kettel? Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaub Campbell war die Suppe. Naja, fast dasselbe. ist jetzt habe ich ich weiß aber was wir mit dem ding hier machen eine kleine flamme brauchen wir für den grill das dürfte eine größere sein schon ein witziges spiel 1 ja ist immer noch nicht wie man da unbedingt runterkommt vielleicht muss er mal der panzer lang fahren danke für die eichel leerer raum aber wir haben ja noch zwei türen vielleicht sind die gar nicht verschlossen nicht mal so einfach kaputt einfach so ist das süß diese kleine pflanze da ich kann grenzen nicht leiden wir müssen mauern abreißen kann man gleich raus wir schauen erstmal noch was hier so läuft das geht aber tief runter es geht aber tief runter ja ich glaube so funktioniert teilweise die bewässerung in amerika einfach unters haus kacken ich mag diese dinger hier ich bin nicht hochgegangen war schuld war schuld da muss man noch mal was anderes drauf werfen ja schon besser schon besser hoffentlich findet man die toilette wieder ich bräuchte mal eine manchmal einfach naja das geht natürlich nicht fettes fettes eichhörnchen hier habe ich mir jetzt den weg verbaut hier schau mal ob man die lila teile ausspringen muss die pinken jlaimed labyrinth schmät aber besonders gut So, dann machen wir meinen Ausgang wieder frei, den Ausgang überhaupt frei. Boah, ne gut, drei Goldene Eicheln fehlen noch. Weiß nicht, was ich anderes erwartet hätte. Gehe ich, jetzt kann ich auch hoch. Wozu? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung im Moment. Eigentlich ein Mülltonnen, jemals was sinnvolles. Der Müllhalter war. Hier ist komplett leer. Ja, da brauchen wir noch insgesamt zwei Goldene Eicheln. Gehe das nochmal so ein Teil. Was ist denn da los mit dem Agent? Der Tod ist Tod, auch wenn er sich kurz bewegt hat. Komm mal da ran, durch effektives Einsetzen der Uzi. Nein. Kauf mal mehr Bums. Werf doch nicht ständig deine Waffe weg. So. Ist ja gut, ist ja gut. Mit deinen Eicheln. Geht doch. Wieso muss ich hier schießen, damit ihr... Ne, da war ja auch was. Ich brauche mal da noch so ein Explodierzeug. Hier fehlt auch noch mehr Eicheln. Ich glaube es nicht. Oh, Agenten. Da sind sie ja wieder. Ist das ein Kürbis? Ne, ein Basketball. Was macht der da? Oh. Oh. Okay, da brauchen wir jetzt eine Flamme. Das gefällt mir aber auch. Kann auch bestimmten Agent damit ausschalten. Da gibt es hier irgendwo einen Korb. Auf dem Dach ist auf jeden Fall auch noch eine, die uns fehlt. Oh. Hat mir einen schöneren Effekt erhofft. Hust ist da. Nein, gibt das nicht. Ja. Davon rede ich die ganze Zeit. Mir davon. schon tot hat sich aber angestellt nice schade dass man das nicht gesehen hat kommen wir sind wir sind noch im trigger was für eine animation geld hier geld hier wenn ich zahlen will muss fühlen wir werden guter verbrecher wir werden guter verbrecher sie auch den fosten noch auf es geht zumindest nicht dein ernst spiel man braucht aber eine waffe hier auf dem haus ist auch was ok so geht es tatsächlich wärmer dank dann sind zwei eicheln ich werde die gleiche hochgehen ja rein damit hier irgendwo sind hier ach klar diese zwei cosmetics wird aber auch angezeigt wir haben nur geld gekostet gibt doch kein geld aus für cosmetics hui das kann man mit dem müllsack machen gar nichts schade wenigstens ein bisschen ordnung schaffen können mir gerade selbst nicht sicher was ich suche die party mit noch drei eicheln drei kohlenen wer mal dankt der hinter bestimmt oder auch nicht oder auch nicht da wäre noch eine mine ein explosiver springsatz aber wofür mal hier irgendwas aufmachen sieht nicht so aus der teure wein die leute werden heute nicht glücklich was ist mit dir eigentlich wie geht also rückenschmerzen kann leider auch nicht mehr tun das war alles was in meinem repertoire ist so wir könnten auch versuchen hier hoch zu kommen indem wir springen da wo es flach ist also wir könnten auch mit den ziegeln werfen sehe im moment noch nicht den sinn aber es wird spaß machen dann haben wir haben nein ich habe eine eichel übersehen raketenwerfer 25 goldene eicheln und 1000 normale zum bezahlen boah ein steiler preis für eine steile waffe habe echt keine ahnung wo hier die anderen zwei sind hoch drogen in dem baum in dem busch und vielleicht müssen wir ein paar mehr leute bedrohen oder mühlsäug wer ist ich los mit euch gebt mir geld oder ich schieße Soviel dazu, das sieht ganz lecker aus. Entschuldigung, du hast zweimal was abbekommen. Hast du noch eine Eichel für mich? Lass mich mal weiter unten schauen. Oder nicht? Schwierig, schwieriges Spiel. Ich habe mal woanders mehr Chancen. Da gibt es was zu kaufen, was können wir uns leisten. Uhrengürtel. Wer damit? Was bringt mir ein Uhrengürtel? Nice! Mensch, habe ich Swag. Ich glaube so heißt es, so nennst du die coolen Kids. Schon seit Jahren nicht mehr. So, hier sollen auch zwei goldene Eicheln sein. Naja, ungemütliche Gegend. Sowas kriegt man aber nicht ohne weiteres auf. Ah, speichern wir mal. Yay! Spiel speichern, speichern. Und die Firma dankt. Echt keine Ahnung. Hochschießen wir ein bisschen zu viel des Guten. Hier komm mal hoch. Tyler! Wer ist denn Tyler? Yeah! Blonde Haare, so wie die meinen. Ah, schaut mal, da ist noch was. Augenbrauen, ich werde nicht mehr. So, also Cosmetics haben wir hier eigentlich. Komm schon, wir brauchen noch zwei Eicheln für die bessere Waffe. Eingezäunt. Okay, da fehlt uns auch noch eine. Da fehlt uns anscheinend auch noch eine. Den hier kann man zumindest freischalten. So, ja, zwei goldene brauchen wir noch, dann können wir endlich das Auto freischalten. So, Danger. Geht das ohne Bombenanzug gut? Finden wir es raus. Die Antwort ist ja. Nein. Nein, ich habe in die Nuss gebissen. Ja, ja, warum man einen Schutzanzug darf, ja. Da sind Briefkästen und sowas drin. Vielleicht hat die Joggerin was. Geld! Ich will Geld! Ich habe keine Ahnung, warum die Menschen hier auch zu viel Eicheln horten. Da ist noch ein Bombenanzug. Ja, da ist noch ein Bombenanzug. Alter! Da kann man uns da hochschießen Es klappt auch Nein, meine Waffe Meine Waffe Ich bin nix ohne mein Gewehr Mein Gewehr ist ohne mich nix Kehrt mal auf mit den Mien Kehrt mal auf mit den Mien Kehrt mal Es ist ein Ernstspiel Auf ein neues Wieso geht man nicht einfach nach den Bomben rein Superplan, oder? Superplan Wirf Nein, ich hätte einen Finisher gehabt Scheiße Oh, der ist noch nicht tot Ich glaube, jetzt ist er tot Nice, im Minenfeld Der ist er ja nochmal Ne, das war der von draußen Vorsicht, da sind Mien Der Reichsbürger Boah, dass er das wirklich so genannt hat Ne, mein, so wie er sich vermint hat Könnt man's meinen Ich habe kein Shit, ich habe auch kein Das Munitionszeug Genau das brauche ich Also den eingezeugten Block Den haben wir jetzt Hier insgesamt in der Gegend Gibt's noch zwei 222 Man kann ja auch auf die Strom masken Ob das so eine gute Idee ist? Solange man nur eins berührt Ist es ungefährlich So Sieht so aus, als ob wir das da hinten In geraumer Zeit freischalten Ansonsten Bin ich echt ein bisschen überfragt Komm schon, ich brauche noch eine Eichel Den kann ich mit dem Auto da hochfahren Muss ich doch eigentlich in den Bäumen verstecken Die Antwort ist nein Die Antwort war nein Aber es kann anbäumen hoch Ist hier ein Eichhörnchen Ich glaube wir sind zu fett Ich glaube wir sind zu fett Ja Also erstmal Outfits Die Uhr natürlich Und meine Haare hätte ich gern Perfekt 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 Dass ich bis jetzt nicht auf die Idee gekommen bin Mit einem Bäumen hochzuklettern Merkt man halt, dass ich im Real Life kein Eichhörnchen bin Das hat jetzt aber auch nichts gebracht Hier müssen noch zwei rumliegen Aber wie? Wo? Warum? Weshalb? Der hat wieder nachgelegt Wir kommen noch mit Schrotflinte hoch Oder mit Waffe Und wir brauchen noch mal kurz was, was explodiert Da ist was Da ist doch was Da ist ja ein Tüppchen Ah, der liegt da Da liegt er ja Schöne Pflanze Schöne Tasse Dann gehen wir noch auf den Baum Obwohl ich nicht glaube, dass es halt viel bringt Komm Nur noch eine goldene Eichhörn Hey Da hinten war man noch nicht drin Oh Ich glaube dem müssen wir die Torte bringen Den bringen wir an die Torte Dazu brauche ich aber kurz wieder eine Shotgun Funktioniert so ähnlich wie in einer realen Bäckerei Oh, das sieht spaßig aus da hinten So Erstmal hier raus Und dann eine Schrotflinte Also Nimm sie auch mit So Müssen wir sie nur irgendwie hinlegen? Nein Oh, ich kann einfach hier durch Tja Alles wird gut Wieso bist du denn so eingezäunt? Das hält mich hier mal die Türen hier Ist hier eine Tür, dass wir die Torte durchkriegen Wenn sie irgendwann mal wieder respawnt Dann gibt es auch eine Schrotflinte für uns Da hinten ist eine Na also Autsch 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 Stimmt, die war aber ein bisschen hoch Die haben wir ja vorhin schon mit der Uzi probiert Der Regenschirm müsste halt funktionieren So macht das nicht Ich brauche noch einen Schuss mehr Regenschirmhüpfer Das passt ja So Wir haben die zwölfte Eichel Jetzt braucht man noch ein bisschen Moneten Ich probiere einfach wieder Leute Wir brauchen 400 Nur 400 Oecken Dann gehört das Fahrzeug uns Geld her Geld her Na also Also die Joggerin ist mir auch noch suspekt Das wäre doch nicht nötig gewesen Hier zwei Finanziert hier mein erstes eigenes Auto Nix zu machen Geld hier oder Waffe Geld hier oder Waffe Da gibt es ganz viele Leute Geld Ich brauche Geld Wo geht die alle hin Geld Lass fallen Tja Das passiert Wenn man mich nicht bezahlt Du schon wieder Dich habe ich heute schon zehnmal ausgeraubt Was ist denn das eigentlich Ah das Fleisch Wieso liegt hier das Fleisch Dann stöbern wir mal dort diese Pflanzen hier Beziehungsweise wir können auch einfach hier reingehen Die normalen Eicheln respawnen ja glaube ich Jetzt haben sie eine Chance zu respawnen Na ja Ein bisschen was Immer mit Geld Braucht Geld Mehr Braucht mehr Geld Danke Ach das war notwendig Ja ja da darf ihn doch Komm schon die werden jetzt nicht ernsthaft hier Knausrig sein Mit den Eicheln Kann hier mal dieselben ausfragen Gut Wo ist denn diese Joggerin Da Da ist sie Da ist noch eine Mine Kann man das der Joggerin In den Weg legen Geht die hier mit dich doch So war das jetzt nicht geplant So war das eigentlich nicht geplant Hast du Geld Hast du Geld Geld her Geld her Ich brauche noch 10 Dollar Nur noch 10 Eicheln man Dann höre ich auf Nur noch 10 Eicheln man Ich kann jederzeit Ich kann jederzeit damit aufhören Gib mir 10 Eicheln Ich brauche ein Auto Ich brauche Eicheln Hörst du Eicheln man Ich schwöre dir Ich höre danach auf Die Firma dankt das Gericht Ja Ein Traum wird wahr Ein Traum wird wahr Ich bin mir fast sicher Dass ich schon mal einen Traum hatte Der so ähnlich war Kann ich da jetzt runter Kann ich da jetzt runter Okay Weiß Dann schauen wir mal Steigen Ist das ein anderes Sieht gleich aus Und Uzi Springen Beschleunigen Geschwindigkeit halten Ah Verstanden Verstanden Schießt du nur auf mich Ja der Panzer Das gemacht Eine Eichel Da oben Nein Waffe verloren Einfach Waffe verloren Bunker des Vaters Ich will aber eine Waffe des Vaters Granatwerfer Nein Habt ihr nichts getan Ich hab was für'n Arsch Ich hab meine Waffe wieder verloren Gau'n ne neue Waffe Glaubt ihr der Panzer hat mich bekommen Nice Die haben Friendly Fire Nein Ich hab keine Waffe Einfach Okay Das ist Es etwas wenn da Protection sie Bitteschau! Bitteschau! Dankeschön! Ohne Waffe! Ich brauche eine Waffe! Was muss ich denn machen? Ammonie machen! Da ist doch das ganze Zeug! Oho! Oho! Ich brauche eine Waffe! Schön, dass alles gerade so langsam ist! Sonst würde ich es nicht schaffen! Die Firma dankt! Ich brauche eine Waffe! Schön! Ich brauche eine Waffe! Daneben! Schön! Komm schon! Ich brauche eine andere Waffe! 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 Schön! Schau! Schau! Musik Nein! Achso, da innen hat er auch was. Wo ist meine Uzi? Ah, endlich! Ich glaube, das hätte ich das letzte Mal schon machen sollen. Nein! In die Nussgebissen. Die Nussgebissen! Die Nussgebissen. Das war's. Ich die Waffe, raus da und Lass mich doch weg hier Nein, irgendwas hätte ich noch machen müssen Ich habe keinen Abwerfer Yeah Die fliegen nicht sehr weit Bin trotzdem zufrieden Die fliegen nicht mehr Komm schon, komm schon! Boah, voll in die Fräse. Fuck ey! Das hier ist nicht die sicherste Waffe. Das ist nicht die sicherste Waffe. Vor allem wenn ich am Abzug bin. Komm schon! Der muss ich jetzt nicht reparieren. Was für ein Arsch. Ach vorne fehlt noch. Schieß halt langsam, du Arsch. Nein! Keine Munition mehr und nichts zum Nachführen. Scheiße! Hey! Er ist nicht mehr unten. Ist er? Ist das Schütze? Nein! Doch ist er! Ich bin nicht da unten rein. Ja, anscheinend ja nicht. Na gut. Dann schalte ich mal wieder die Ketten aus. Nein! Waffe! Doch nicht in den Körper. Ich hab die Waffe wieder fallen lassen. Da ist einer. Da ist einer. Ja. Ja, es ist sehr gut. Was muss ich jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher was ich machen muss. Autofahren. Doch nicht runter du. Vielleicht müssen wir den einfach nochmal besiegen. Munition! Munition! Ah, schöne Musik die da im Hintergrund läuft. Der muss sich reparieren, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah, das Teil einfach aufklicken. Nein! Scheiß Elektroattacke. Scheiß Elektroattacke. Ich kann schon aussteigen. Jetzt weiß ich wenigstens was ich machen muss. Ich kann schon aussteigen. 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 Ja. Ich kann auch das healen property. Ja, ich weiß. Mach hin. Scheiße, jetzt wieder keine Waffe mehr. Ja, ich habe ihn. Und Uzi. Munition! Schon eine E-P-Scheibhaus-Kampf. Auch wenn ich mich nicht so anstelle. Ja, wie mache ich das jetzt? Das ist Dino. Jetzt haben wir einen Damage gemacht. Nein, ich wäre fast rausgekommen. Fuck, ich war zu gierig. Ich war mal in der Pause. 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 Ich war mal in der Pause.